Berlin-Bernauer Straße. Voll das Leben, mitten auf dem ehemaligen Todesstreifen. Hier patrouillierten die Grenztruppen der DDR. Menschen starben bei dem Versuch in den Westen zu fliehen, aber das ist Geschichte. Leute aus Ost- und Westdeutschland, aus Marokko, Kanada, dem Iran und anderen Ländern, sie haben hier zusammen gebaut, an diesem historischen Ort. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es acht Nationen in unserem Haus und 18 Kinder und 22 Erwachsene, wenn ich richtig bin. Und wir lieben uns alle. Menschen aus der Bernauer Straße 2013. Menschen aus der Bernauer Straße Mitte August 1961. Die Mauer wird gebaut, zerschneidet die Stadt, trennt Nachbarn, Freunde und Familien. Die Gebäude in der Bernauer Straße stehen im Ostsektor, genau auf der Grenze zu West-Berlin. Die Fassade wird hier zur Berliner Mauer, die Fenster zugemauert. Der Bürgersteig gehört schon zum Westen. Mitte der 70er Jahre werden die Häuser gesprengt. Die neuen Grenzanlagen entstehen. Der Todesstreifen. In der Mitte Trebminen, Selbstschussanlagen, Panzersperren und der Postenweg, auf dem die Grenzsoldaten patrouillieren. Wachtürme alle paar hundert Meter. Niemand soll diese Grenze überqueren. Viele versuchen es trotzdem, weil der Todesstreifen hier besonders schmal ist. Heute an dieser Stelle. Den Postenweg gibt es noch zwischen Baustellen und Neubauten. Viel Platz zum Spielen, zum Beispiel für Jimmy, den Sohn von Angelika. Sie kommt aus dem Osten und hat den Mauerfall vor 24 Jahren in Dresden erlebt. Der Postenweg verläuft hinter ihrem Haus. Die Bernauer Straße davor. Der Blick vom Dach ins ehemalige Zentrum Ost, auf der anderen Seite West-Berlin. Das Haus steht direkt im ehemaligen Niemandsland, mitten in der Stadt. Die zentrale Lage war für die Bewohner ein Grund, hier zu bauen. Hallo. Komm rein. Wir besuchen Angelika Richter und ihre Familie. Ihr Mann Hans. Er kommt aus einem kleinen Ort in Bayern. Eine Ost-West-Beziehung. Zwei Kinder. Das ist Jimmy, der Kleinste. Der Bau des Hauses war ein Abenteuer, erzählt uns die Kunsthistorikerin. Jeden Tag war sie mit ihrem älteren Sohn Johnny auf der Baustelle. Als sie den Keller aushuben, fanden sie das Fundament des Hauses, das früher hier stand. Das ist doch echt wie eine archäologische Ausgrabungsstätte. Hier sieht man, glaube ich, sogar noch so die Wasser- oder Heizungsanschlüsse, Ofenrohre oder... Ups. Johnny. Das ist der Johnny, genau. Da habe ich seinen alten Helm. Angelika, Hans und die Kinder besuchen Nachbarn. Anka und Daniel, auch zwei Kinder. Hallo. Annabelle und ihre Töchter von nebenan sind auch da. Seit fast einem Jahr wohnen sie hier in ihrem eigenen Haus. Angelika und die anderen finden es gut und wichtig, den ehemaligen Todesstreifen wieder zu bebauen. Außerdem, das Grundstück in der Bernauer Straße war günstig. Als sie es kauften, haben sie allerdings nicht geahnt, wie schwierig es sein würde, an so einem historischen Ort sein Haus zu bauen. Fünf Jahre hat es gedauert, bis sie einziehen konnten. Besonders der Postenweg hat für Ärger gesorgt. Der Baukran durfte dort nicht stehen. Und dann habe ich eigentlich erst begonnen, so richtig darüber nachzudenken, wo wir eigentlich hier bauen und was das für eine Bedeutung hat. Und bin eigentlich für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich es eigentlich gerade gut finde. Weil dieser unnatürliche Zustand, der eben jahrzehntelang geherrscht hat, ja nicht der Zustand war, der hier mal der Urzustand war, sondern hier waren ja Wohnhäuser vor dem Krieg. Und die wurden dann im Zuge des Mauerbaus abgerissen und eben diese Brachfläche im Grunde jetzt ist übrig geblieben. Und deswegen fand ich es eigentlich nur mehr als sinnvoll und konsequent, hier wieder Wohnhäuser einzubauen. Also wir erleben und leben diesen historischen Ort jeden Tag, letztendlich. Also es gehört einfach mit zu unserem Leben, diese Vergangenheit. Und gleichzeitig leben wir unser Leben in unserer Zeit 2013. Mitte der 60er Jahre an diesem Ort, keine Spur von Leben. Eine kahle Schneise trennt die einst lebendigen Stadtbezirke. Auf dem Todesstreifen bleibt nur die Versöhnungskirche stehen. Erst einmal. 1985 wird sie gesprengt. Sie versperrt den Grenzsoldaten die Sicht auf Republikflüchtige. Heute ist an dieser Stelle die Mauer Gedenkstätte. Eisenstäbe erinnern an den Verlauf der Zonengrenze. Eine Kapelle, wo einst die Kirche stand. Gebet für die Mauertoten. Jörg Hildebrandt ist der Sohn des ehemaligen Pfarrers der gesprengten Versöhnungskirche. Der Zeitzeuge hat seine Kindheit in der Bernauer Straße verbracht, auf der Sektorengrenze. Nach dem Mauerbau mussten sie weg, zogen an den Stadtrand von Ost-Berlin. Deshalb ist das für mich immer wieder eine irrsinnige Erfahrung, wenn ich hier im Nordbahnhof aussteige und in die Bernauer Straße komme. Und siehe, keine Mauer steht mehr, kein Polizist, der mich hindert, der meinen Ausweis fragt oder mich nicht durchlässt, sondern ich kann gehen und stehen und denken und reden, was ich will. Jörg Hildebrandt ist oft in der Gedenkstätte. Die Teilung Deutschlands für die, die sie nicht erlebt haben, kaum vorstellbar. Aber hier ist es nachzulesen. Zum Beispiel, wie damals in der Bernauer Straße Menschen versucht haben, den Todesstreifen zu überwinden. Sogar Tunnel von Ost nach West wurden gegraben. Er hat hier Freunde verloren, aber auch seine große Liebe gefunden. Das ist die Bernauer Straße 2. Hier hat Regine gewohnt. Jetzt bin ich, hier bin ich in ihrem, hier wohnt sie, hier ist ihr Zimmer. So, hier ist das Wohnzimmer. Und hier wird die Küche gewesen sein. Auch seine Geschichte und die seiner späteren Frau Regine Hildebrandt kann hier jeder nachlesen. Das bin ich, mein Bruder. Da schauen wir runter aus der Bernauer Straße 10, sozusagen aus dem Ostsektor in den Westsektor. Und da stehen unsere Freunde oder Freundinnen aus der jungen Gemeinde. Und da unterhalten wir uns. Da ist die Mauer dann schon gebaut. Bei Angelika zu Hause. Heute trifft sich die gesamte Baugemeinschaft. Ehrengast Jörg Hildebrandt. Wir haben ihn eingeladen. Wir freuen uns sehr, Sie hier begrüßen zu können. Ich freue mich auch. Ja, sehr schön. Das ist der Herr Hildebrandt. Und der Herr Hildebrandt wird uns gleich was über die Mauer und den Ort erzählen, an dem wir wohnen und unser Haus gebaut haben. Kinder und Erwachsene, Menschen aus Ost und West und aus vielen Ländern. Dieser Ort und seine Geschichte haben sie hier zusammengebracht. Und für alle ist es ein besonderer Moment. Bilder von damals. Jörg Hildebrandt hat das alles selbst erlebt. Seine Geschichte und gleichzeitig ihre Geschichte. Das war direkt bei uns Ruppina Bernauer. Die Bernauer Straße in den 60er Jahren, bevor die Häuser abgerissen wurden. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit spielen sich drei Götchen ab. Diese 77-Jährige stand eine Viertelstunde über dem ausgespannten Sprungtuch. Fast 40 Jahre Teilung. Und schließlich der Fall der Mauer am 9. November 1989. Und ich mit meiner Frau durchs Brandenburger Tor. Und nun verrate ich Ihnen, unter dem Brandenburger Tor habe ich sie geküsst. Und so geküsst wie selten. Da waren wir so gerührt, dass das überhaupt in unserem Leben noch möglich ist. Und wie empfinden Sie das jetzt, dass hier auf dem ehemaligen Todesstreifen ganz banal wieder gebaut wird? Ist das irgendwie unangemessen? Überall kann die Mauer nicht stehen, weil Geschichte kennt keine Ewigkeiten. Also wie gesagt, die Mauer musste eines Jahres fallen. Und dass ich das erleben konnte, ist ein großer Rücksfall. Aber als die Mauer fiel, da hoffte ich wirklich, dass auch 24, 25 Jahre später sie kaum mehr zu spüren ist. Die Erinnerung bleibt. Menschen werden hier erschossen. Und viele nutzen in der Bernauer Straße die letzten Schlupflöcher in den Westen. Die Kinder sind beeindruckt. Für sie ist das ein Abenteuer. Sie wollen das ausprobieren. Ja, wollt ihr euch anziehen und runtergehen? Ja, guck mal, wir... Wie viel Bettlaken braucht man eigentlich, um sich aus dem Fenster abzuseilen? Der Test. Den brauche ich nicht, falls sich die Kinder dranhängen. Den sind gleich gut. Ach, den ist echt gut. Nee, ich bekomme es mal. Ich weiß noch, was ist denn? Ich weiß noch, was ist denn? Fünf Bettlaken sind's. Das ist ja gar nicht so viel. Nee, dachte ich auch, dass man viel mehr bräuchte. Aber fünf müssen es schon sein, weil du brauchst das Letzte zum Festmachen einfach irgendwie. Ja, ja. Doch, ich kann mir das vorstellen. Berlin-Bernauer Straße. Voll das Leben, mitten auf dem ehemaligen Todesstreifen. Wo der eiserne Vorhang Berlin teilte, wo einst Niemandsland war. Aber das ist Geschichte. Für die Kinder zählt das hier und jetzt. Hier sehen Sie. Vielen Dank.